Ja klar, aber so kommt so ein Typ her, weißt du? Und dann hat jemand halt irgendwann gesagt, ja dann mach ich mal einen Lacher und ist nur auf die Videos drauf. Ein Viertel. Jetzt hat es ein Video. Natürlich. Was macht der? Warte, ich guck dir hin, ich guck dir hin. Was macht der da? Was für ein Arschloch! Wo kam der her? Ist ja geil! Ist ja geil! Was für ein Arschloch! Was für ein Arschloch! Ey, ist das soo unnusslich! Okay, wenn der Sie vielleicht gar nicht weißt, dass das passiert, oder? Ey, keine Ahnung! Traurig! Vielen Dank.